Wir müssen dort gerade die ansprechen, die eben nicht eine CDU von Laumann und Röttgen wollen, die nicht schwarz-grün wollen und nicht diese schwarz-lackierte Sozialdemokratie. Es gibt auch noch bürgerliche Orientierung, das sieht man doch, die Parlamente, das geht doch alles nach links, schaut euch das Saarland an. Das sind drei Linksparteien, das ist die linke SPD, das ist die linke CDU. Da ist ja keine Mitte mehr vorhanden. Das kann doch nicht die Realität in deutschen Parlamenten werden. Deshalb müssen wir aufstehen und zerheben aus dem bequemen Zessel des Wohlstands und den Baul aufmachen, damit man noch was anderes in Deutschland hört, außer dem linken Gesäusel.